Musik 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 Na guten Morgen Schatz Hi Guten Morgen Na du Schnitte Hehehe Hehehe Fuck you Du hast doch wieder schwulen Gehabe auf jeden Fall Moin Moin Leute Geht weiter Schönes Wetter Bestes ne Guck mal schöner Sonnenregen Ich frag mich wo der Sonnen Ich wollte gerade schon Sonnenbogen sagen Wo der Regenbogen bleibt Gibt's den hier eigentlich? Müsste ne? Ja müsste Warte auf ihn Muss hier irgendwo sein Scheiß auf Spiele Einfach ausschauen nach dem Regenbogen halten Mhm So Ähm wir haben einen Plan gemacht ne Johnny? Ja Wolltest du mal ins bessere Waffen suchen und dann nach Airfield ne? Ja ja Das ist erstmal das Hauptziel Bessere Waffen und dann los Zum Airfield Attacke Ja Willst du links und ich rechts oder andersrum? Nicht mal links Ok Ich hab kurz ein Freeze Guard alter Mal schauen Mal schauen Ich hab einen Shotgun gefunden Ja Nice Mit äh Kugeln? Ja Ok Wie viele? Äh wenn da noch welche fehlen dann geb ich dir noch welche glaube ich hab noch welche Ich hab nur einen Schuss dran Ja warte mal ich kann dir noch drei geben Ok Drei Schüsse hab ich Drei Schüsse hab ich Ok Hauptsache bei dir ist dort ein Pumpgun und bei mir drüben ist nichts Ja was? Ich hab noch ein Gewehr gefunden Was denn? Nimm Komm du mal im Haus nimm einen Shotgun Ich nehme die Sniper hier Ich höre hier komische Geräusche alter Als wenn Da irgend zwei Typen Miteinander treiben in dem einen Haus alter Ah Ich geh weg Du bist in Labyrinth ne? Ja Erste Gebäude Ach jetzt Erste Achso ok Warte ich komm Oben? Ja Das hier ist das Waffenhaus kann das sein? Keine Ahnung Guck was ich gefunden hab Das hier Was ist das? Das ist ein Gewehr Das brauche ich was hast du da für Muni drin? Warte Was? Ich kann nicht mehr im Winter gucken Da kommen äh 2 223er Rounds rein Why? 223er Rounds 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 Ahja warte Johnny hier Ich dropp die hier Komm mal her Dropp die hier Wo? Nein Huch Meine Revolver alter Hier? Hab hier gedroppt Hier liegt sie An der Tür Nice danke Warte brauchst du noch Stromflinten gegen Munition? Nein Ich leg doch hier die Stromflinte Achso die gibst du mir? Ja kannst du nehmen Ich nehme das Gewehr Geil danke Geil alter Sag mal wie kann ich die denn? Achso So Jetzt hab ich da ganzen Schüsse drin Ja nice Ja geht doch Ja Guter Anfang Geht doch Hier ist nichts weiter Sollen wir schon raus gehen Ja Schon das nächste Haus So let's go So dann geh ich mal in das Haus wo gerade diese stillen Dinge raus kamen Hm? Ich hab zwar Angst aber Muss da rein Dude wartet auf mich Hier man hier war das Ich weiß nicht was das ist Ich hab schon mal Ich hab schon mal Nails Ich hab schon mal Nails Drei Mal sogar Drei Mal Na ja Okay Hier ist es so leer Hier ist noch ein Slog Brauchen wir nicht Brauchen wir nicht Ich glaub das war es schon mit äh wie hieß das kleine Delf hier nochmal Ich vergesse den Namen Ich vergesse den Namen Pinecrest Pinecrest Derby Brightmoors da hinten Aber das sind diese Häuser ne? Ja Bist du das da in dem Haus gerade reingegangen gerade eben? Mit orangen Hose Ich glaube ne Bist du da gerade reingegangen? Ja Könnte sein Auf der Hauptstraße so warst du ganz kurz? Ja Ich hab jetzt eine orangen Hose an Orangen? Ja 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 Johnny Was sagst du? Wie viele Schüsse hast du denn bei dir so ne? Sechs Sechs? Ja Wow Weißt du was das heißt? Warte Er fehlt Ja? Können wir machen Können wir machen ne? Sollen wir uns diesen Schritt wagen Machen wir die Zuschauer mal nicht weiter auf den Folter erspannen Weil ich find hier nichts mehr man Hm Sollen wir uns diesen Schritt wagen Was für ein Ding? Sollen wir uns diesen Schritt wagen zum Airfield Natürlich alter Das ist der Must Have Schritt nicht? Ja Ist doch egal Ich hab zwar nur zwei Rounds in meinem Revolver Und Auch nur vier Schüsse in meinem Dings Pumpcom Aber Pumpcom reicht eigentlich Hm Wo bist du denn? Ich denk mal das sind doch jetzt nicht 10 Spiele oder was? Nee Ich bin jetzt auf der Haupt Da bist du Ja komm Nimm für feite Distanz lieber meinen Revolver Ich bin ja der Sheriff hier Herr Sheriff Warum müssen wir lang? Müssen wir da hinten lang ne? Nachher gleich links Na auf jeden Ich glaub aber nicht so auf der Straße rum Ja lieber Ein bisschen getarnter ne? Ja Und du mit deiner Orangenhose bist du ja auch so getarnten Jogginghose Dann bin ich schnell damit Sieht aus wie so ne Gefängnishose Hm Da siehst du zum Beispiel ein Hart Hart im Nehmen Hart im Nehmen Ist richtig hart Ist ne harte Johnny Ja Machst du Speedhack an oder hast du schon wieder Ping Alter Kann die Jogginghose sein Ich bin echt schnell ne? Oder? Du bist echt schnell ja? Ja Ja du bist schnell Jetzt haben wir Jetzt hab ich den Timer gar nicht lange gemacht Oha Du bist gerade bei mir durch den Baum gelaufen Okay Wann kann man das? Hast du Hacks an ja? Ich mach doch grad den Timer an Oh Johnny wir nehmen die falsche Straße Johnny Falsch Da guck Da lang Ja aber wir kommen doch eh da hinten Wir kommen doch eh hinten links aus Meins? Ja Guck mal die Straße geht wo ganz anders hin da hinten Junge wenn wir jetzt hier durch gehen Dann kommen wir da hinten schon aus Dann werden wir jetzt hier durch Schiet egal Oh die Sonne Warte ab die Straße Kollege geht eh gleich links lang Naja geht eh gleich Doch ne Kack Straße Ich müsste jetzt hier durch den Wald gleich links gehen Da hinten haben wir Color So Da wird's dunkel oder dritts Keine Ahnung Spannend was da am Airdrop alles liegt Äh Airdrop Äh Airdrop Äh viel Airdrop Irgendein Handy Alter ist bei dir am Start Weg Du bist einfach ein kleiner Arschi bald Ja Was ist das hier für im Wald eigentlich Hier war grad gar kein Gas Gras 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 Ich wollte grad Gas sagen Ein Gedanken noch bei 1z1 Äh Jetzt hier links Jetzt müssen wir eh links ja Hab ich dir ja auch gesagt und trotzdem hast du mir nicht gehört Jaja du hast es gesagt ich weiß Wir stehen schon weiter und noch weiter grad auslaufen Blah 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 Ja Trust in me man Das habe voll den Umweg gemacht Johnny trust me Jaja Wie Johnny trust you Ja Believe it Believe it Believe in me Johnny Ich sollte Liedsänger werden oder Songschweiber Ja Johnny trust me Gott wie behindert Johnny alone Was machst du dann willst du nicht schon wieder zum Trecker laufen Doch ich will Trecker fahren Du hast doch gar nicht genug Sachen mit Doch Für so nen hässlichen Trecker Ich hab äh ne Batterie Und ne electrical parts Batterie Und was hast du mitgenommen Hier liegt doch eh nix alter In so nem Bauernhof kann ne Sniper liegen Aber was meinst du was da drinnen wohl rum liegt äh gar nicht Okay Wie du meinst Ich guck mal Bist du drinnen? Ja Dein Arsch Oh ich hab Kruger Huch Richtigen Hunger Huch Durst Wo bin ich denn? Ja Kann man schwer sagen Wer wusste mir ist er viel Ich kann nicht lesen Ich komm raus Jo Ich seh das Airfield nicht Wo soll denn da das Airfield sein? So Wo bist du? Ist doch verarsch Ich bin im front of the house Du stehst mitten am Feld Ja Hab ich mir hier gemütlich gemacht Warte in die Straße jetzt Geradeaus Hier kein Airfield Gar nichts Komm wir müssen hier lang Hä? Das müsste gleich hinter den Wald da kommen So ja Sag mal Ja Weil ich sollte vielleicht Meine Karte gegen die Pistole austauschen So Scheiss Scheiss mal auf die Karte Bringt dir jetzt eh nichts Sinn? Du bist nach da Ja ja Ich komme Ich mein es I'm coming now I'm coming now Ich mein es müsste hier hinter sein Da ne? Ja Geht gleich fußen Brauchen wir nicht so hässlich an der Straße entlang Ja ist doch hier Hier ist das Airfield Ja Ich suche die Militärbasis direkt Pass auf dich auf Johnny Wir müssen zusammen bleiben glaube ich du Ja Das ist oberste Regel hier Sag mal wo bist du denn? Ich bin jetzt hier am Abhang Ich auch Ach da ja okay Das ist hier lang Gut Johnny wollen wir erst mal gucken von oben? Ja Vielleicht können wir ja Oh Gott hier ist alles volle Busch Ja ich will nicht runterfallen Oh Gott Ne kann man runter So Ich setz mich schon mal hier oben hin Ja ich auch Ah gibt es Ferienrohre hier? Nein Also ich habe zum Beispiel noch nie anders gesehen Siehst du Bewegung? Ist auf jeden Fall eine Zelte da gucken so? Hinten auch da? Die könnten auch hier campen Meinst du die campen? 100 pro denk ich mal Ja dann gehe ich immer mit einer Strootflinte in so ein Zelt rein alter Aber nachher sieht man nichts mehr nachher wird es dunkel Ja wir müssen es schnell machen Ja dann runter mit uns alter Schnell rein und schnell raus Ne rein und schnell Hihihihihihi Hihihihihihi So No commentary So No commentary Ne rein Was meinst du? Meinst du Fickfack oder was? Nein nein Ich sag nix Ja Fickfack Es ist Youtube Ja, Fickfack Hier kann man rein Sehr gut, hier ist ein Monster direkt Hier ist ein Monster? Komm her, ich hab ne Axt Da hinten Ruf nach dir Monstron Wo bist du? Hier Ach da, oh wie rum schreibt man? Moin Karls Weck ihn Ist down Sehr nice Guck was ich mach, ey LOL Was machst du? Miss V Sieht das gay aus Sieht das gay aus Ja, ja Warte mal, ich will dich mal treten Nein man, das macht bestimmt Schaden Nein, ich mach das nicht So Ich will nur reingucken hier Ich hab letztens ne Pistole gefunden So leer aus hier Ja Huch Ich muss aber immer zusammen bleiben Das ist das Problem, sonst werden wir getötet Denk ich Lass mich hier erstmal abgucken Ja, auf jeden Benutzt du auch alt und so Ja man Okay Aber ne eigentlich nicht, also jetzt zum spiel nicht Damit ich immer mit der Maus beim Gegner bin dann Ja Das sind richtige Sandgeräusche Ja, ja Ich hör das schon Komm Johnny, gehen wir hier rein erstmal? Ja Hier ist nix Ja Ne Ne Geben wir mal hier rein? Ja Bei den Johnnys Pass auf, dass da kein Zombie drin sitzt ne Ja Ich bin nie Ne Ey, danke Okay, nix dick ist bei mir Okay, du bist neben mir, ne? Hm Was trittst du denn die Tür an? Ja Da hier liegt ne Map Was stimmt genau Wenigstens liegt da etwas Ich hab noch nicht gesehen Aluminium Arrows liegen hier Oh, das hört sich ganz gut an Oh, ich hab hier was gefunden Oh, eine Waffe Was ist denn für eine? Äh, Get Renegade 700, Alter Das ist ne... Shotgun? Ne Was anderes ist das Ich muss was droppen Ich dropp meine Kackpiste, glaub ich Oder ich pack die rein, ich pack die rein Lol Bringt nichts, wenn ich die hin Hä? Also mein Lieblings... Die Lieblingswaffe, die ich gerne hätte, ist ne, äh Ist die, äh M16 da Ja Ja, M16, ne? So, warte, ich guck mir die mal an, Johnny Ja Ach, das ist die, die ich schon mal hatte, glaub ich Ja, im, im, im... Nicht in Let's Plated Es ist, äh, so ne Mosin, wie du Ach so, okay Aber die hat null Schuss Die hat null Schuss Wie, wie heißt die? Carlington, ne? Renegade 700, irgendwas Ne, ich hab ne Carlington BA 70 Oh lol Aber keine Muni hab ich dafür Ich muss die wegschmeißen Okay Jetzt muss ich meine Schropp und Muni wegschmeißen Und das wär nicht gut Ich brauch Munition dafür Du bist hier drinnen? Guck hier unten liegt sie, hier Da Boah, das ist ein schönes Sniper, Mann Ja, aber was nützt sie mir ohne Muni, Alter? Was für Munitionen verwendet die denn, sonst nehm ich... Ich weiß es nicht Keine Ahnung Warte, ich schmeiß die mal weg Warte, ich schmeiß die mal weg Weil mit Skin ist besser Warst du die hier neben schon? Ja So Daneben auch? Ne, die benutzt 308 Rounds Lol Sie sind noch doller bestimmt Ja Da kann ich wegwerfen Oder Ja, leider kann ich sie nicht mitnehmen Oder ich schmeiß diese Croft mit 9mm SMG weg Du möchtest? Weil da könntest ich die reinsetzen Hä? Mach ich auch dann Weil Ich wünsche dir, wir werden bestimmt die Munition irgendwann finden Wir brauchen die Muni, Alter Ohne Muni ist scheiße Das ist da unten Racks Hm, toll Wo bist du, Johnny? Ich bin bei den kleinen Zelten Immer noch? Bei den ganz kleinen Zelten rechts Warte, ich such mal nach dir Ach je Ich benutze die rechte Seite von den Zelten Hey Get longly shirt Ja, danke Nichts 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 tolles hier Eigentlich denkt man so, ne? In solchen Zelten Ja Könnte ja mal was liegen Was war das? Waffengezückt Achso Ich dachte, jemand ist gespawnt Das hört sich dann nämlich auch so an Was war das? Ich hab dich ja schon mal spawnen gehört, ne? Hm Ja Man muss auf der Hut sein, nicht? Ja Und meine Maus ist direkt gezuckt Wo ich das gehört hab, so Voll gezuckt Cap Was ist das? Bandage Okay, bis jetzt noch nix, Digga ist Hey, kann ich die nicht Soll Was not needed Ha Ich hab mich bandageiert Obwohl es nicht, äh Links war Warte Obwohl ich es gar nicht brauchte Nein Stand da gerade It was not needed Donny, wollen wir zu diesen weißen Häusern da? Warte Ja Kannst du? Ich bin hier an der Straße Ja, ja Das Geräusch hört sich voll geil an Ja Hört sich cool an, ne? Ja Welche Seite nimmst du? Mir ist egal Such deine aus Keine Ahnung Schmier die linke Seite Okay, dann nehm ich die rechte Wenn wir die durch haben, können wir uns ja die andere da noch teilen LOL Die ist zu bei mir Echt? Warte mal Ja, ich glaub die ist immer zu die erste davon Okay Ich hab's einfach mal versucht drauf gehauen Was, die zweite auch? Die dritte auch? Ja, aber nicht Ja, die vierte ist offen, Mann Tja Deshalb hast du die linke Seite genommen, Al Ich hatte die rechte ja schonmal Ach, echt? Ja Ja, weißt du nicht mehr? Nee Wo schon einmal er fällt, war Ach ja Das erste mal, ne? Ja Ja, ja doch, weiß ich Liegt hier oben wenigstens etwas, weil unten lag gar nichts Bei mir liegt ja auch nichts Was? Was? Nun, nun, nun Ich hab ein Gallows Guide gefunden, was ist das zum Teufel? Keine Ahnung You learn new craft recipes Ich weiß zwar nicht was, werde ich mir nachher gleich angucken Ich hab irgendwas neues gelernt Ah Watchtower Guide hab ich gefunden Ja, ich hab Gallows Guide gefunden So, ich lerne, dann können wir einen Turm bauen Baseball Bad Hast du gehört? Ja, ja, ja Ich lass lernen, dann können wir einen Turm bauen Ich hab auch irgendwas, Gallows Guide Irgendwas mit dem Turm hat das auch zu tun, du Sicher? Ja, sicher Da war ein Turm abgebildet Ja, bei mir auch Geil Blue Track Pants Okay, in diesen Häusern kann etwas sein, das ist ja heavy Ich geh weiter zum nächsten Haus Weiter zum nächsten Haus Wollte ich auch grad sagen Na, wann ist Aschi Aschi bald Bald Green Smoke Grenade, yeah Braucht man auf jeden Fall Weiß man nicht Ich geh mich da nicht aus Oder weißt du, ob man das Ding braucht? Nee Ich werd sie mal ausprobieren, gleich gehen Nee, ich werd Guck, was passiert Kommt nur grünes Smoke raus, wahrscheinlich Das stimmt Dann, äh Geh mal hoch Ich hab wirklich die ganze Zeit meine Pumpgun in der Hand Ja Ja, kann ja sein, dass einer hier steht, nicht? Ich Möchte nicht wieder derjenige sein, der stirbt Ist ja sonst nie der Fall Hahaha Einfach mal nicht Nichts Komm schon, Alter Also hier war nix Sie sonst, wenn ich einer gelootet hätte Als wenn die hier ordentlich unterwegs waren, oder? Ja Komischerweise finde ich hier auch kein Essen und Trinken Nee, ich auch nicht Obwohl essen und trinken ist ja eigentlich normal, da so in der Küche, ne? Mhm Vielleicht haben sie sich gedacht, die Rezepte lassen sie mal liegen Vielleicht haben sie ja schon alles gelernt Ja Denk ich auch Guck sogar auf den Boden ab, da ist einfach mal nichts Okay, oder generell in diesen weißen Häusern ist nichts, ich kenn mich hier nicht aus, außer Rezepte Oh Gott, so freeze Ist zu Ist zu Was? Ist zu, meine letzten drei Häuser sind auch zu Ne Warte, ich komm Ich bin draußen Komm mal hier sind noch Zelte, Johnny Komm Oh, und da ist wieder dieses dicke Haus, da können wir danach reingehen Warte mal kurz Jo Ist auch nichts Wieder da? Hm, auch nichts Mitten auf dem Airfield einfach mal stehen bleiben Ich tue nur keiner hin Heils Maul, Thomas Heils Maul, halt einfach dein Maul Ist doch so Ich muss bloß was trinken Guck dich an, stehst da Alone, Alter Ja Aber wegen Ich hab die ganze Zeit auf die aufgeblieben, ganz Okay Warte mal, ich brauch Ich brauch meine Flashlight, ohne geht nicht Ja, sag ich ja Ich benutze immer Flashlight beim Looten jetzt Okay, man sieht viel mehr Und YouTube sagt bestimmt auch Dankeschön zu mir Mhm, du guckst alles ab, dunkel, Leute sehen nix Ja, ist halt, ja Das kommt nicht so gut, glaub ich Ne Ich hab ne neue Shotgun gefunden, die aber leer ist Okay Toll Nehm ich lieber meine Das reflektiert voll, Alter, die Sonne da hinten Die untergeht Echt? Hier ist ne Revolver Echt? Mit, mit Revolverdingern? M-Munition seh ich hier nicht Aber vielleicht ist da Munition in der Waffe drin Nimm mal auf das Ding, guck mal rin Ich hab ein MRE gefunden, Alter Ich kanns nicht aufheben, ich hab zu viel Gewicht Ja, warte, ich komm Komm Johnny Wo bist du eigentlich? Ja, ich hab noch ein Zelt reingegangen Wo? Ach hier Ah, ha 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 Wo ist das? Alter, da hast du das Ding gesehen? Ja Ich wär eigentlich gleich dran vorbeigelaufen Echt? Ja Und? Warte, ich muss meinen anderen Revolver mal da reinschieben Fuck man Keine Munition Keine Munition Wir müssen jetzt eh nen Cut machen Okay So, Nächste Ja 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 Ja